So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect mit mir, dem Lufo. Ihr Schweine, macht das schnell auch. Sü. Wir haben in der letzten Folge gemerkt, dass alles ruckelt. Wie auch in den Folgen davor. So, ich habe ehrlich gesagt keine gute Antwort, was hier los ist. Außer, dass es halt viel zu viel zu rendern gibt für das Spiel. Wenn ich stillstehe, kriege ich 36 FPS. Ich hoffe, dass die, ja sogar in der Aufnahme wirkt das irgendwie so, als ob alles sich so verzögert bewegt, ne. Hm. Ich hoffe einfach, dass es keine Probleme macht mit der Aufnahme. So. Ist das jetzt gut hier? Oh, da hat schon die Zellen eingeteilt. Geil. Ähm. So. Puff. Ja, das hier wird auf jeden Fall der, äh, Supermax-Wing sozusagen. Mhm. Hm. Ich glaube, ich mache hier in das Security-Office rein. Und hier in das Security-Office. Mit, uh. Uh-pala. Mit einer Tür nach hier jeweils. Könnte gut werden. So. Hm. Ja. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und runter. Und eins. Eins. So. Drei. Drei. Vier. Fünf. Ja. Äh. Objekte. Dann jeweils bitte eine von den Geräten hier. So. Wenn's geht, ohne Ruckeln. Dankeschön. Und Utilities. Und. Skibi-dip. Papp, papp. Skibi-dip. Bub, budum. Keine Ahnung, was ich erzähle. Ich versuche hier einfach, mich zu konzentrieren, sodass ich nicht die Sachen irgendwie falsch hinsetze. Und dann mir in den Arsch beiße, weil das nicht funktioniert. Lock open, bitte. Und wir müssen mal zusehen, dass hier alle Dinger lock open bleiben. Danke. Und so. Und. So. Dankeschön. Ja, ja, ja. Geld. Ich liebe Geld. So. Wie sieht's hier unten aus? Das ist noch nicht so geil gerade. Oh, hallo. Okay. Ich muss auch mal dringend wieder Rimworld spielen, fällt mir gerade ein. Rimworld ist geil. Warum habe ich eigentlich aufgehört, Rimworld zu spielen? Ich glaube, ich habe sogar die Welt von dem Let's Play privat weitergespielt. Und habe die nur im Let's Play nicht weitergespielt, weil irgendwie keine Sau sich das angeguckt hat. Aber egal. Ich glaube, ich fange wieder mit einer neuen Runde Rimworld an irgendwann mal. Und dann müsst ihr halt damit leben, ne? Äh, Strom. Einmal bitte nach hier und einmal nach hier. Wasser. Wie geht das mit dem Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Äh. Hm. Ich meine, theoretisch. Ja, komm. Weißt du was? Machen wir so. Und machen wir so. So müsste es sein, ne? Wird denn... Was? Ist da ein Baum? Oh, Mann, ey. Immer ist irgendeine Scheiße im Weg. So. Passt hier überhaupt ein Security Office rein, so platzmäßig? Wie viel braucht denn das? Das braucht 4 mal 4. Und hier sind 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Okay. Sehr schön. So müsste es dann sein, ne? Und hier auch. Moment. Doch, stimmt. Okay. So. Und so. Benjamin. Du lieber Elefant. Keine Ahnung, wo das gerade ist. Oh, Mann ey. Ich bin so random manchmal. Ähm. Hallo? Ich bin gerade irgendwie voll verwirrt, ne? Ich würde sagen, wir bauen hier mal die Betten rein. Schau mal. Kann ja nicht schaden. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und, ähm. Ich glaube, ich spendiere jeder Zeller auch mal eine... Nein. Eine Handelbank. Wie gesagt, die sind hier die ganze Zeit drin, ne? Ich bin eigentlich nicht dafür, äh, denen irgendwie das Leben schön zu machen. Aber. Ich habe es falsch gemacht. Äh. Aber. Ähm. Da die, die hier die... Die... Scheiße, Alter. Da die hier die ganze Zeit drin sind, äh, bin ich doch der Meinung, dass die trotzdem das, äh, ab und zu mal was zu tun haben sollten. Wie gesagt, für die gibt es keine Parole, keine Arbeit, kein Nichts. Die dürfen hier den ganzen Tag, äh, hängen. Und deswegen ist das jetzt einfach mal so. Nein. Dahin. Danke. Ja, was können wir dann noch reinhauen? Vielleicht ein, äh, ein Bookshelf. Einfach noch... Hallo? Ernsthaft? Da leckt es. Und dann will ich wieder Book schreiben. Und dann schreibt das Teil einfach Bub dahin. Äh. Okay. Hören wir Bescheid. Qualitäts-LP hier. Im Start ist das... Ich glaube, es ist richtig. Ich hoffe, es ist richtig. Wenn nicht... So. Und... Oh Gott, ey. Lampe. Mein Mikrofon ist... Ach, scheiße. Ich spiele auf Englisch. Mein Mikrofon ist... So leicht im Weg beim Tippen. Und wenn ich dann nach unten gucken will und will gucken, wo überhaupt die Tastatur steht gerade, dann drücke ich erstmal auf alle Tasten, die ich nicht drücken will. So. Ähm. Wir bauen jetzt hier einfach mal. Und dann würde ich sagen, hier kommt eine Solitary-Door und hier auch. Ja. Sieht gut aus. Ich gucke noch mal ganz kurz da hinten, was hier abgeht. Wieso laufen hier eigentlich die ganzen Wachen lang? Ach, shit. Hier ist wieder... Willst du mich denn komplett verarschen hier? Ja. So. Ja. Toll. Ja. Toll. Scheiße. So, Arbeiter, macht euer Ding. Drain. Ich baue gerade zwei Sachen gleichzeitig. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Aber was will man machen? Ach, stimmt. Da fällt mir gerade noch ein. Ne? Drain. Drain ist natürlich schön. Das kann man natürlich auch mal machen. Hm. Ich keine Ahnung, warum ich jetzt hier die ganze Zeit alles hier, äh, Keyword für die Arbeiter, so dass die Hauptsache, äh, niemals irgendwie ein Ende finden. Ich glaube, hier machen wir mal Road, Alter, weil ich's kann. So, bis hier. Straße. Ich bin Straße. So. Das sind natürlich die ganzen Arbeiter hier, um machen, statt irgendwie mal nützliche Dinge zu tun. Wie ist eigentlich unser Heat-Level so weit oben? 30 Armed Guards, ein Service. Family, uh, unnecessarily searched. Willst du mich natzen, Kollege? Wieso kann man hier eigentlich nicht draufklicken, um die Needs anzugucken? Hallo? Sleep. Ja, ne? Macht er ja gerade. Beschwert euch mal nicht. Wär schon nett von euch. Wieso wird das hier eigentlich nicht fertig? Weißt du wat? Keine Ahnung. Alter Vater, da ist lange ne Straße zu bauen. Willst du mich natzen? Willst du mich natzen? Das habe ich, glaube ich, auch diese Folge schon mindestens zehnmal gesagt, oder? Jawohl, da mischt er natzen. Ja toll. Was ist das denn hier für eine Scheiße, Alter? Oh Mann, ey. So. So. Unglaublich. So, da müssen wir hier die Wand auch wieder weg machen dann. Super. Richtig super. So. Die Türen können wir verkaufen, weil... Ach nee, kann ich nicht. Ja, und jetzt sind die Arbeiter hier voll wieder, äh, ausgelastet für drei Jahre, oder was? Die Kackbratzen. Okay. Äh, so wäre... So, und dann wollen wir noch eins weiter, wegen den Kompensapototoren. Was machst du denn da? Hm? Kollege. Eine Fresse. Manchmal macht man sich echt Gedanken hier, ne? Boah, die sind echt slow, die Typen hier. Boah, schneller. Schneller. Okay. Und der Plan an der ganzen Sache ist dann, dass hier sozusagen ein doppelter Zaun hinkommt. dann kommt hier ein Wachturm hin und wenn die hier versuchen irgendwie rauszurennen oder irgendwas was sie wahrscheinlich versuchen werden weil das weil das Maximum Security Typen sind dann kriegen die fett aufs Maul weil hier die Sniper dann erstmal einen reinballern genauso sieht das nämlich aus Freunde genauso und nicht anders so nächster Punkt wäre ein Gucker machen wir zwei Stück und leck mich doch am Arsch mit der Scheiße hier Freezer was ach Fridge okay ja ja eins zwei drei vier und sink einmal und dann brauchen wir natürlich hier Objekte Serving Table eins zwei Table ups Table den hier und Bench gut gut und dann brauchen wir natürlich hier den der geht so und 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 dann brauchen wir den der geht so und der geht so und weißt du was weil wir so viel Kohle am Start haben wir sind reich so oh Sekunde aha was? Social Deadly und Ex-Law Enforcement bitte töte meine ganzen Protective-Custody-Typen nicht wäre ich nett von dir so noch mehr oh in der Tat noch mehr Tough, Social ja uh wir haben eine Snitch oder eine Ex-Law Enforcement jup super hoch ich wollte das gar nicht zumachen aber ich glaube das war es mit den Gefangenen an diesem Tag oder? sieht danach aus wie sieht es denn hier rein so aus sieht gut aus sieht gut aus okay äh b-b-b-b-b mhm mhm Security einmal und zweimal und einmal und nein zweimal dreimal dreimal so 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 alter irgendwie wenn man hier klickt und es leckt dann nimmt er einfach irgendwie die Sache daneben äh unglaublich hier l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Stell den Scheiß da jetzt hin So, danke Und dann hier Du brauchst diese Gerätschaften Ich übertreibe natürlich, wie immer Weil ich bin ich Ne Mach ich, weil das hier noch erweitert wird irgendwann Und wir brauchen Gerät Ja Und zwar Massenheift Gerät So Und dann der Demonstrations Der Demonstrationswiegen Mach ich mal Den Zaun fertig Also wir können hier noch einen Zaun davor bauen Und dann Siehste Und dann kommt hier der Der Guard Tower hin Einmal Und Zweimal Jetzt machen die Scheißstraße Da drunter wieder weg Das geht mir auf den Sack Frechheit So Und so Und so Und da oben habe ich noch eins gemacht Dann mache ich hier auch noch eins Ich meine Da habe ich jetzt schön viel Kohle verschwendet Indem ich da einfach die ganzen Straßen gebaut habe Und die dann wieder abgerissen werden müssen Aber gut Ich werde ich nicht rüber Soll ich in die Zellen auch noch im Boden reinbauen Oder sowas Oder ist mir das egal Ich glaube es ist mir egal Ja Mir egal Juckt mir nicht So Gut Übrigens ne Lamp Und Lamp Und Lamp Und Lamp Ähm Shit Shit Ach der hat schon Okay Ja gut Wenn das so ist Dann Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Eins Zwei Drei Vier Fünf Bist du da schon dran? Ne ne Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Und Zwölf Gut Und dann Nö 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 Wieso ist hier kein Strom? Unglaubliche Frechheit Okay Ähm So 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 Und Wieso habe ich das Spiel angehalten? Weiß ich auch nicht So Zack Junge Boom Zack Boom Ähm Und dann natürlich den hier Ähm Ich weiß Dass das übertrieben ist Übrigens Freunde Nur so Nur so Falls ich mich jetzt hier Irgendwie Jemand wieder darauf aufmerksam machen will Dass ich ja vollkommen übertreibe Hätte es mir bewusst So Wo sind jetzt eigentlich die ganzen Baubeider? Die sind hier unten am Stüssel Okay Ähm Die haben sich wieder eingesperrt Weil das Ding aus irgendeinem Grund immer wieder das ganze ausmacht hier Eigentlich sollte ich hier nicht weiter machen weil ich erstmal das Hochsicherheitsteil fertig kriegen will Aber wenn ich schon mal dabei bin Oh wir haben einen der exekutiert werden kann Tja Freunde Diese Folge endet an der Stelle Ich bedanke mich für was du zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020